Was mir da eingefallen ist, worüber wir auch schon vor der Aufnahme kurz gesprochen haben, was ich tatsächlich sehr interessant fand, auch das als Aufhänger zu nutzen, ist, dass wir ja in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, aber für uns beide ist quasi es klar, dass es sozusagen Interessen oder Side-Projects, hast du das glaube ich genannt, dass es die immer gibt. Und quasi in deinem Fall, also was mit Programmieren zu tun hat, ist quasi klar, dass es Side-Projects gibt, weil man einfach vielleicht neue Dinge ausprobiert, die man vielleicht schon noch aus der vorherigen Arbeit oder aus einem anderen Projekt mitgenommen hat oder einfach mit quasi als Hobby dann das irgendwie weiterführt. Und ähnliches gibt es natürlich eben auch in meinem Fall im Bildungsbereich, gibt es genauso Side-Projects, die vielleicht nicht genau in meinem Themengebiet sind, aber die mich dennoch interessieren oder ich dennoch daran arbeiten möchte. Und ich finde, das ist ja eben so ein interessantes Konzept, dass man ja das durchaus für die Arbeit, für die eigentliche Arbeit auch als etwas Positives sehen müsste, eigentlich, weil ich glaube, du hast das Beispiel dann auch irgendwie so erklärt, dass man es ja irgendwie dann, oder was du jetzt vorhin auch gesagt hast, dass es ja Dinge sind, die man, oder sagen wir so, der Druck, der da ist durch die Arbeit, der limitiert einen bei Dingen, die man ausprobieren kann. Und wenn ich jetzt quasi außerhalb meiner Arbeit eine freie Arbeitszeit bekomme, wo kein Druck da ist, dann kann ich mehr ausprobieren und vielleicht auch diese Erfahrungen dann in die Arbeit mitnehmen und muss nicht dort sozusagen in die Arbeit irgendwas zerschießen, weil ich dort herumprobiere sozusagen. Und ich finde, das ist auch so ein interessanter Punkt, dass das ja durchaus etwas ist, was die Arbeit auch weiterentwickeln kann. Also jetzt ganz abgesehen sogar von diesem Deep Work Faktor, sondern einfach nur, um Dinge zu innovieren vielleicht, ist ja sowas unheimlich wichtig, dass ich mal offen arbeiten kann.